Die Rezeption Du musst mir jetzt erklären, wo du gehackst, weil es ist jetzt... In der Rezeption unten was gehackt Ah ja, und im Garten nicht, oder wie? Im Garten nicht, nein Also weißt du, dass du zur Rezeption gehackst Kann ich mich anmelden? Und dann komm ich auf die Decke aufhören Auf die Decke? Ja Wo die Decke? Unten die Decke, oben die Decke, oder? Oben die Decke, ja Da ist auch irgendwas drin Ja, da kann man doch die Dinger zusammenscheißen Das hast du schon gemacht, oder? Ja Da sind irgendwie am Rand, da sind so leuchtende Dinger Die siehst du dann in der Brote Stopp! Ja, ich meine, wir kommen in der Rezeption Da ist der Rezeption Ja Wenn du die Dinger wegschießt, dann fallen dann die Platten ab Ja, die Platten halt zusammenscheißen Ja, nicht die Platte, die Dinger halt die Die Leuchte rühren halt Ja, die Leuchte rühren Schau, die Leuchten zwar näher wirklich Also mach das jetzt höchst So gut Du hast jetzt voll freie Dinger Nein Scheiße Das ist eine Schnalle, oder? Voll freie Dinger Ja, jetzt Sekunde, glaube ich Wird nicht Dann schauen wir mal was passiert, wie man einen Garten hat Ja, wie geht das Dinger los auf? So Dinger Ja, aber das Ding oben jetzt Ja, der ist auch mal neben dem Garten, meine Nein Ui, was hast du jetzt gemacht? Ja, die Decke von der ersten, zweiten Stock ist eingebauten Höre, soll ich die Zahn schützen? Ja, das ist gut Ich bin schon mal Ich bin mir voll erwischt Ich bin mir voll in den Arsch gefickt Also unten ist er schon am Gartenzieher Das habe ich jetzt schon fünf Sekunden oder so gehackt Bei dem soll ich da nicht mehr hergesehen Komm her Komm her Hubschmeißen, komm. Echt? Ich sehe nicht, geht irgendwie ein Ziel oder so, aber... Rehen, rehen, rehen! Drauf, keine Ahnung. Rehen, da habe ich rein. Ist doch was. Da habe ich gleich da. Du kommst dann gleich unten aus. Sauna oder weh? Sauna. Alleine Rezeption. Ja, da kannst du das drüber machen. Warten, dass du nicht geschafft hast. Nein, da kann ich dich gar nicht mehr aufzumachen. Ich hab... hab so... Dix. Der hat euch schon gesagt. Dann haben wir den Gang her, aber nicht kommen und dann haben wir es schon wieder vergessen gehabt. Dass da bestimmt ein Video liegt. Genau da. Ja. Ich würde das noch 가끔. Da kommt dann weg. Ja. Ja. Da kommt dann weg. Ja, das ist gut. Ok... Du bist nicht über mich, geh runter. Geh runter? Nicht runter, geh runter. Ok, wie geht es? Ich will gleich da unten. Hä? Ich will gleich unten machen. Nicht runter? Irgendwann geht mir zu mir locker. Ok. Da ist doch zu ihm schon scharf. Ich will nicht mehr von den Zeug nehmen. Ich will nicht mehr gegen das Traf brennen. Ich brauche mich nicht mehr. Jetzt kannst du vom Glas runter. Das meinst du? Na ja. Du musst das machen. Das ist scharf, mach zu für dich. Ja. Der ist ja viel schnell. Der trifft jetzt an. Der ist geil auch. Na ja. Schlecker das. Schlecker da. Ja. Ich habe mich nicht gesehen, weil du sie gesehen hast. Ich sieht ihn nicht. Er ist jetzt markiert, oder? Mich oder dich? Er ist jetzt markiert. Ach so. So, da sind beide markiert. Und da kann ich auf die Öffel kommen? Oder wie? Ja, Öffel geht da. Wenn wir irgendwas zusammenschetzen. Ja, dann machen wir die in den Vorratssicht her. Ah, da hat er einmal aufgeschleißen, oder was? Was ich nie... Ich habe praktisch bald auch nicht entwickelt, Menschen als Kinder. Ja da. Sagst du, sind alle zwei unter mir, oder was? Haben die das alles nachgeschleppt? Nein, einer ist oben und einer ist... Irgendwann... Wirklich. Wirklich. Nö, wirklich. Wirklich. Okay, du sollst dich alles mal aufmachen. So sollst du aufhaken, oder willst du nicht? Ja, weil dir so viel vorbei. Nein. Ich hab dich jetzt so hochgelegt, dass er den Gott sei bei mir steht. Oh, 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 oh. Kommt, ich will doch nicht. Hast du die Reaktion schon gehackt? Nein. Du machst das. Die Reaktion geht. Oh Gott, ich will ja nicht mehr mal mehr an, oder? Ja. Jetzt sind wir die Haupte. Das gibt's doch nicht. Warum ist die Aule wieder bei mir? Was? Ja, das weiß man ja nicht. Überlebt's ja noch. Ja, was? Wie ist die denn? Wie ist die denn? Wo ist denn da eigentlich die Kamera unten? Der Gucker hat die Kamera im Raum. Was ist der Gucker? Was ist der Gucker? Wie ist die Ergucker? Was ist der Gucker? Was ist der Gucker? Jetzt bin ich wieder voll an mir vorbeigehen. Geil, sieh die Baumann. Gut, sie hat gehackt und gesaunert. Jetzt hab ich doch wieder noch vorbeigehen. Ich bin wieder draußen. Ich seh nix. Ich seh nix! Ich seh dich! Kannst du nicht einfach dort den scheiß Ritz durchschauen? Ja! Sauberle! Der sieht die Arbeit so an! Er! Er! Jetzt ein! Weg da! Das war schlecht! Scheiße! Das war das Schlechteste, was du machen hast. Ja, was soll ich denn wegkommst? Scheiße! Der Material war auch nicht so lange wie ich. Achtung hinter der Tür! Hinter der Tür, der steht schon dort! Da hab ich sie gar gesehen! Was soll ich denn wegkriegen? Wo bist du? Wie war's? Was soll ich denn machen? Ich bin hier oben aufgekommen. So, jetzt bin ich oben selbst. Was soll ich denn wegkriegen? Was soll ich denn wegkriegen? Was ist denn das? Ich bewege mich nicht! Ich steck meine Knarre weg und dann mit mir los! Natürlich! Was soll ich denn wegkriegen? Geh, jetzt soll ich braren mir noch. Hast du schon... Kam mir schon die herzen? Die ich hab... Nein. Wo bist du eigentlich? Dinge. Da waren sie oben links. Nein. Es ist wichtig, dass man genau nicht das macht, was man braucht. Ich kann es dir sagen, wenn du Scheiße wirst. Lass den Kopf kommen. Achtung. Gut, dann mache ich jetzt oben links, das Ding. Der ist auch ein bisschen reingekommen. Ja, der ist auch noch in der Weistungszimmer. Jetzt sieht er auch, ob er kommt. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Scheißen Zahn. Sollen wir noch mal ein Söldner machen? Ja. Oh, oh, oh. Warte mal, warte mal. Oh, du wechseln. Was? Nein, das ist ein Wechseln. Nein, das ist ein Wechseln. Wechseln! Was macht der für Geräusche? So, Sturm gegen ihn. Ich bin ein bisschen snipen. Gibt's eigentlich da noch? Komm, wir haben keinen Rutsch. Ja. Sie spüren direkt so gut. Ja, super. Kameranetz, glaube ich, wird uns nicht einmal vergessen, was es für so Kameran gibt, glaube ich. Oder in einem Karten, glaube ich, ist auch noch eine. Rein oder zählen wird's? Nein. Wie mache ich denn? Wem? Es gibt nur zwei Optionen. Das eine ist... Spy Tracker. Das ist halt das, was du normalerweise da haust. Bei 1,5 Minuten. Das ist bei der nächsten Lasermine. Das heißt, dass man das Hei selber im Grunde nicht sieht. Es hat halt einen Laserstrahl. Und... Das ist... Das ist kein echter Alarm. Also es ist sogar... Ähm... Näherungsmine, bloß halt, dass es nicht explodiert. Das zockt so kurz... Bloß da wo ist Corona. Mhm. Aber das ist halt wirklich kein Alarm. Also es hat... Mit dem Kotter ins Alarms. Ja. Okay. Vielen Dank.